WebID AI ermöglicht es jedem, Ausweisdokumente sicher und vollautomatisch online überprüfen zu lassen. Das hilft Ihnen dabei, sich mit einem Ausweisdokument zu identifizieren oder Ihr Alter nachzuweisen. In nur wenigen Minuten und drei sicheren Schritten bestätigen Sie Ihre Identität an einem Computer oder mobilen Gerät. Wie das funktioniert? Im ersten Schritt halten Sie Ihr Ausweisdokument bereit und stellen sicher, dass Ihre Umgebung hell genug ist. Dann kann es mit der Identifizierung auch schon losgehen. Im zweiten Schritt machen Sie ein Foto von der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises und klicken dann auf Überprüfen. Sollten Sie zur Identifizierung einen Reisepass oder Führerschein verwenden, fotografieren Sie nur die jeweilige Vorderseite. Fast geschafft! Im dritten und letzten Schritt nehmen Sie ein Porträtfoto von sich auf. Schauen Sie dazu einfach gerade in die Kamera und drücken Sie auf Foto aufnehmen. Anschließend klicken Sie auf Überprüfen. WebID gleicht Ihre Fotos nun mit dem Ausweisfoto ab. Verlaufen alle Prüfungen erfolgreich, übermitteln wir die Informationen an Ihren Vertragspartner und Sie haben sich erfolgreich identifiziert. Besuchen Sie auch gerne eine unserer Partner-Webseiten. 11. 16. 16.